Manuel Riemann ist bei uns. Manuel, eine anstrengende Vorbereitung liegt hinter euch. Wie bewertest du die Leistung von euch als Mannschaft insgesamt? In der Vorbereitung ist nicht alles ganz rund gelaufen. Es waren Spiele dabei, die waren okay. Es waren Spiele dabei, die waren nicht so gut. Aber ich glaube, alles in allem ist eine Vorbereitung, um körperlich fit zu sein. Und ich glaube, das sind wir und deswegen schaue ich ganz positiv in die Zukunft. Woran habt ihr jetzt konkret gearbeitet, damit es in der Rückrunde mehr Punkte werden als in der Hinrunde? Ich glaube, dass wir in der Hinrunde teilweise ganz gute Spieler gemacht haben, die wir einfach noch nicht erfolgreich bestritten haben. Und ich glaube, es liegt im Großen und Ganzen an zwei Sachen, die kann man aber nicht explizit so in meinen Augen trainieren. Das ist einmal vorne einfach die Tore zu machen, wenn man die Chancen hat und hinten am besten die Tore verteidigen und dem Gegner keine Chancen zu geben. Aber in der Hinrunde war es ja oft so, dass wir wirklich das Spiel eigentlich 90 Minuten bestimmt haben. Wenn ich zum Beispiel an das Spiel zu Hause gegen Braunschweig denke, die haben einmal aufs Tor geschossen und wir gehen halt nur mit einem Punkt daraus und ich glaube, wir müssen einfach in der Rückrunde effizienter werden und ich glaube, dann werden wir auch auf jeden Fall eine gute Rückrunde spielen. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die kommenden Spiele? Ja, ich möchte eigentlich jedes Spiel gewinnen. Also deswegen spiele ich Fußball und mit der Einstellung möchte ich in die Spieler gehen und ich habe mir auch vorgenommen, auf jeden Fall eine bessere Rückrunde zu spielen, als die Hinrunde von mir persönlich war. Ich glaube, das war, wenn ich mich so zurückerinnere, persönlich die schlechteste Hinrunde, die ich gespielt habe. Aber das kommt vor. Ich weiß, dass es so ist und ich glaube auch, dass ich da an mir selber gut genug gearbeitet habe, weil es ist ja nichts, was ich nicht kann. Sondern das ist einfach, glaube ich, ein Stück weit Konzentration und auch eine Kopfsache. Und dass ich vielleicht das eine oder andere Mal das zu null zu sehr wollte. Und ja, dann machst du halt so leichte Fehler, die ich dann auch wirklich in der Hinrunde oft gemacht habe. Öfter, als es mir lieb ist, öfter, als ich es von mir gewohnt bin. Aber wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall in der Rückrunde auch der Mannschaft deutlich besser helfen, als ich das in der Hinrunde gemacht habe. Und euer Auftaktprogramm hat es ja gleich in sich. Da warten Union, der KSC und Hannover gleich drei ganz schwierige Spiele. Ja, ich glaube, dass es egal ist, ob jetzt du gegen Hannover, gegen Würzburg, gegen Düsseldorf, gegen Aue. Es ist jede Mannschaft, es ist kein Selbstläufer. Du musst gegen jede Mannschaft 100 Prozent in die Waagschale werfen. Und ja, vielleicht kommt das genau zur richtigen Zeit, dass wir so ein schweres Auftaktprogramm haben. Weil so musst du natürlich direkt mit hundertprozentiger Konzentration in die Spiele gehen. Und wenn ich mich an die Hinrunde zurück erinnere, dann war es ja meistens so, dass wir gegen die Mannschaften, die vermeintlich mit den großen Namen kamen, besser zurechtgekommen sind als mit den kleineren Namen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt und gar nicht so schlecht, dass wir mit dem Auftaktprogramm starten. Union habt ihr ja zu Hause auch geschlagen. Was stimmt dich positiv, dass ihr das jetzt am Wochenende auch auswärts wiederholen könnt? Ja, mir stimmt es positiv, dass wir schon gezeigt haben, dass wir die Mannschaft schlagen können. Ich meine, wie gesagt, die haben ein, zwei neue Spieler geholt, ein, zwei Spieler abgegeben. Aber wir haben gezeigt, dass wir die Mannschaft schlagen können und in dieser Liga ist es sowieso so, dass jede Mannschaft jede Mannschaft schlagen kann. Nur, wie gesagt, ich glaube, wenn wir die nötige Effizienz in dem Spiel an den Tag legen, weil die Chancen spielen wir uns eigentlich in jedem Spiel raus, also zumindest haben wir in jedem Spiel gute Chancen, ob das dann gut rausgespielt ist oder nicht, das steht auch immer ein bisschen auf einem anderen Blatt Papier, aber wir haben in jedem Spiel unsere Chancen. Wir müssen einfach gucken, dass wir die nutzen und müssen nach hinten im Verbund, also wirklich als Mannschaft, komplett zusammenarbeiten. Ich muss fehlerfrei bleiben und dann, glaube ich, können wir da auch gewinnen. Dann spüren Sier in einmal, surely das mal ist, seit ich sich wir da auch glaube, ich Culture schlägt und sich eine Mensch auf dem Essen auf. Vielen Dank.